Ja, ja. Nein, nein, nein. Oh shit, jetzt habe ich zu viele gepullt. Zoom. Oh, meine Phrasen. Ich vergesse immer, wie lang der wirklich... Oh nein, nicht in meine Base. Puh. Okay, das war... Lol. Warum liegt da ein Stein? Naja, den verbauen wir gleich. Und die Knochen machen wir zu Knochen, man. So, Schwarzpulver. Für was brauchen wir das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Jawohl. Ich warte auf euch, Melone. Ah, Schickeria, Melone. Ah, Melone. Ananas, Tomate. Was gibt es noch? Scheiße, meine ich da ein Enderman. Ne. Aber ein Kripo. Jawohl, schieß ihn ab, dann kriege ich eine Schallplatte. Komm schon. One shot. Jawohl. Einen noch, komm schon. Nein, schade. Ah, vorbei. Wow. Bullshit. Zack. Boom. Ich bin hier der Topscorer. Wow. Alter, das trifft. Jawohl. Wieder Knochen. Ich liebe es. Vielleicht ist da schon eine Melone. Oh, schade. Aber ich habe hier ja noch drei. So. Melone, Melone. In Minecraft muss man manchmal halt mal was riskieren, was? Wachse. Wow. Bisschen arg gewachsen, was? Aber sei es drum. Gib ihm. Ich brauche seine Früchte. Mwaha. Oh, Bella. Ich brauche deine Früchte. Gib mir mal was von deinem Saft. Okay, ne. Ah. Kacke, danke. Nein, nein. Kopfkino. Die Blätter hier fangen gleich an zu faggeln, wenn ich nicht aufpasse. Jawohl. Setzling. Schick. Nein. Da ist er flöten gegangen. Warum eigentlich? Warum gehen die Setzlinge eigentlich? Ja. Jawohl. Wieder einer getroppt. So ein Äpfel. Jawohl. Noch mal ein Setzling. Schick. Schee. Oh, das lobe ich mir. Oh, ne. Ich mache. Maximal drei nebeneinander. Ich habe keine Pfeile mehr. Das finde ich aber gar nicht schön. Und ich brauche ein zweites Schwert. Oh, leckes Schwert. Was? Everybody needs somebody to love. Jawohl. Schön. Äh, okay. Nein, 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 nein. Nichts war so. Jawohl. Und dann verbrenne die. Ich brauche die XP. Ne, eigentlich nicht die XP, sondern die... ITEMS. Ich brauche ITEMS. Wow. Gib ihm. Oh, nein, ey. Oh, shit. Das hätte mich fast runtergebasht. Okay, es fängt an zu brennen. Oh, man. Ich wusste es. Nein. Nein. Schön. Ich habe XP. Mwaha. Mwahahahaha. Oh, immer noch keine Melone. Oh, Mujaja. Melone. Nein, nein. Ja, ja. Nein, nein, nee. Einschlag, oder? Jawohl. Gut. Jetzt. Ja. Ja, Knoche. Oh, zwei sogar. Ich glaube, ich bin reich. Okay, das funktioniert jetzt besser, wenn ich immer die Pullen paar. Finde ich ganz nice. Aber die KI in Minecraft ist eigentlich gar nicht so schlecht. Na, doch schon. Aber nicht so. Doch. Doch, die KI ist schlecht. Komm schon. Wachse, mein Baum. Wachse. Ich esse jetzt erst mal was. Oh, Mann, ey. Drei Melonen auf dem Erdhügel produzierten keine Melonen. Ne, das klingt komisch. Meine Fresse. Ganz ehrlich. Da ist mir ziemlich lange vergiftet. Was auch immer das ist. Gehungert. Klar sind, das hat mir jetzt nix gebracht. Jawohl. Ich farm jetzt einfach noch ein paar Steinsche. Joi, Steinsche. I love Kinderkanzry. Kinderkanzry ist very healthy. Plus Nutella. Nutella ist healthy too. Aber ganz ehrlich, der Werbeslogan von Nutella hat sich nie verändert. Der Morgen macht den Tag. Echt, jetzt ohne Scheiß? Nee, hat sich der verändert. Glaube ich jedenfalls. Jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich schon lebe. Und wie lange gibt's Nutella? Ich hab keine Ahnung. Wie lange gibt's Nutella, ey? Schreib's doch in die Kommentare ganz einfach. Nutella, Doppelpunkt, seit, keine Ahnung, seit wann gibt's Nutella? 24 Jahren oder so. Auf jeden Fall schon eine ganze Ecke lang. Meine Güte. Warum spülen sie denn die bis hier? Die rutschen einfach in mir vorbei. Was ist das? Logik? Hallo. Hallo, ich bin die Logik. Ich bin gerade im Urlaub. Mein Gott, ey. Okay. Ich suche ja immer quadratisch, praktisch, gut nicht. Ach, das war Ritter Sport, genau. Aber es stimmt eigentlich. Quadratisch ist praktisch, ganz ehrlich. Äh. Lol. War das etwa ein... Oh mein Gott. Ich hab' noch eine Kürbispflanze. Äh. Mlone. Kürbis. Nochmal Kürbis. Ach shit. Warum hab ich das jetzt eigentlich wegge... Alter, ich bin echt der gräschte Dackel, den es gibt, ganz ehrlich. Wuhuuuut. Wuhuuuut. Jetzt hab' ich wieder keine K... Oh mein Gott, so viel Dummheit muss man echt bestrafen. Jetzt hab' ich erst keine Melone. Gut, ich fress' jetzt noch so'n verrottetes Stück Fleisch. Mh, lecker! Ja, dass man auch in jedem Dönerladen kaufen kann. Spaß, nein. Äh. Ja, und solange wir hier unseren Hunger noch auskurieren, verabschiede ich mich von euch. Ähm, die Folge hat ja ziemlich gut geklappt. Besser wie die... Wie die vierte ist, glaub' ich. Oder fünfte? Vierte. Wo wir... Fett gefehlt haben. Ja, okay, jetzt haben wir auch Fett gefehlt, weil ich die Melone kaputt gemacht hab. Ähm, ja. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, ja. Äh, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wenn's heißt, M.O.D. failed bei Let's Play Minecraft. Skyblock. Und ja. Ich würd' sagen, äh, wenn wir uns nächstes Mal sehen, dann muss ich hier irgendwie... Irgendwie mal in irgendeine Richtung Süd, Südwest, keine Ahnung, Nord, nach Timbuktu irgendwo hin, graben wir uns, nicht graben, bauen wir uns, dass wir eventuell ne kleine Insel, äh, entdecken, wo es vielleicht Rohstoffe gibt, mehr Rohstoffe wie hier, weil dann können wir hier unser Basislager wegmachen. Und ja. Bis dahin. Ne schöne Zeit. Tschau.